Hi! Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute soll es meinen Lesemonat für den Februar geben. Ich muss euch einen Titel einblenden und zwar ist das von Ethan Cross, Ich bin der Hass. Das war das erste Buch, was ich im Februar beendet habe. Und da geht es, wie schon gehabt in dieser Reihe, es ist ja der fünfte Band der Reihe, geht es wieder um unser Ermittler Markus und es gibt auch wieder Francis Eckermann. Und es geht in diesem Band um einen Serienmörder, der der Gladiator genannt wird. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Hintergrundgeschichte. Weil dieser Gladiator ist sehr rabiat in dem, was er tut und die Thematik fand ich einfach so toll. Also ich muss überlegen, wie weit ich was sagen kann. Ich versuche euch nur mal so ein bisschen anzufixen. Und zwar, vielleicht hattet ihr früher im Biologieunterricht diese Thematik mit dem Darwin-Finken. Es geht so in diese Richtung. Ja, mehr möchte ich jetzt aber auch gar nicht sagen. Also das hat mich früher schon sehr interessiert. Und das spielt in diesem Buch auch eine Rolle. Und Genghis Khan in diese Richtung. Mehr sage ich jetzt nicht. Das hat alles mit diesem Täter zu tun. Und das fand ich schon alleine so, so spannend. Weil das war für mich eine richtig coole Thematik für einen Serienmörder. Richtig abgedreht, richtig psychologisch. Ja, so eine innere Einstellung von dem Täter, die hat mir jetzt nicht gefallen. Aber das war cool für dieses Buch. Das fand ich richtig gut. Dann gab es noch den Strang Privatleben der Protagonisten. Ich fand es gut, dass in diesem Band Maggie eine ganz, ganz kleine Rolle am Anfang hatte. Und dann erst mal von der Bildfläche verschwunden ist. Und auch bis zum Schluss nicht mehr aufgetaucht ist. Weil die mir die letzten Bände ja schon so ein bisschen den letzten Nerv geraubt hat. Also das fand ich sehr gut. Die ist in diesem Teil nicht so eine Hauptperson. Und ich fand es interessant, die Entwicklung von Ackerman. Weil er bekommt von seiner Psychologin zu Anfang des Buches einen Hund, um den er sich kümmern soll. Und wie sich das Verhältnis zwischen Ackerman und Hund im Laufe des Buches verändert, war für mich sehr, sehr schön zu sehen. Das fand ich sehr cool. Und ja, genau. Ja, mehr kann ich auch, glaube ich, gar nicht sagen. Ich habe jetzt den letzten Band der Reihe mir gekauft diesen Monat. Da habe ich schon drauf hingefiebert. Und ja, bin ich gespannt, wie das große Finale aussehen wird. Das war das erste beendete Buch. Danach habe ich beendet von Robert Fabry Vespasian, der erste Teil, das Schwert des Tribuns. Das ist ein Buch, da geht es um Vespasian, war ja ein römischer Kaiser. Und hier geht es um den jungen Vespasian. Wir bekommen im Epilog seine Geburt mit. Und ja, so ein Ritual, was da vollzogen wird, zur Geburt eines Kindes. Und dann springen wir 16 Jahre weiter und starten in die eigentliche Geschichte mit Vespasian und seinem Bruder Sabinus, der ein bisschen älter ist wie er. Ja, Sabinus ist bei der römischen Legion ein Soldat und Vespasian ist so ein, ja, ein ruhiger Zeitgenosse, der zu Hause den Hof der Familie bewirtschaftet und der sich sehr gut mit Buchhaltung und Zahlen auskennt und dem das auch erfüllt. Also er vermisst auch nichts. Dann kommt sein Bruder Sabinus auf, ja, ich weiß nicht, wie man es genannt hat, auf Heimatbesuch. Er kommt auf jeden Fall nach Hause für eine Zeit. Und der Vater hat Großes mit seinen Söhnen vor und sagt, ihr habt beide gute Prophezeiungen bei den Opferungen gehabt. Das kann nicht die Erfüllung sein, da muss mehr kommen. Und, ja, sagt den Söhnen, sie sollen die Zeit, die Sabinus da ist, nutzen, sich gegenseitig von ihrem Erlernten etwas beizubringen. Das heißt, Vespasian gibt Sabinus Unterricht in Buchhaltung und erklärt ihm alles Grundlegende, was man so braucht, einen Hof zu führen. Und im Gegenzug erklärt Sabinus Vespasian, ja, diese, ach, wie sagt man es denn, diese Grundzüge des Kampfes, die, ach, ich habe ein Wort im Kopf und kriege es nicht raus, diese Strategien. Die Strategien, die die Soldaten, die es gibt, die die Soldaten nutzen und Kampfstrategien halt, ne. Und unterrichtet ihn auch in Schwertkampf, weil damit, ja, ist er ja auch, hat er auch noch nie was zu tun gehabt, Bogenschießen und all sowas. Und sie machen lange Märsche, weil der Vespasian natürlich auch keine Kondition hat dementsprechend, machen sie lange Märsche Sabinus zu Pferd und Vespasian zu Fuß. Und während des Marschierens bringt Vespasian Sabinus dann auch noch ein paar Sachen über den Hof bei. Das ist so der erste Teil des Buches. Das ist ein sehr, sehr schöner Einstieg, weil man Zeit mit den beiden Brüdern verbringt, weil die Charaktere einem sehr nahe gebracht werden und man in dieser Zeit auch ankommen kann. Weil es ist schon so, dass es eine sehr, sehr intrigenreiche Zeit war. Es sind, ja, mit Machtspielen. Es gab schon Oberschichten und Unterschichten. Es gibt die betuchte Bevölkerung in Rom, die Reichen, die Sklaven halten. Und es gibt die untere Bevölkerung, denen es nicht so gut geht. Und, ja, hier in diesem Buch hat man neben der fiktiven Geschichte auch sehr viele geschichtliche Fakten, die man, ja, man merkt auch irgendwie. Es ist so anspruchsvoll beim Lesen irgendwie, weil man saugt es so in sich auf. So ging es mir jedenfalls. Ja, dann irgendwann kommen wir halt in Rom an und es geht Richtung Legion. Vespasian kommt zu den Soldaten und dann wird natürlich der Ton härter. Und, ja, die Begriffe werden härter und es wird auch sarkastischer und der Humor ändert sich. Das merkt man schon. Aber das hat mich nicht gestört. Im Gegenteil, ich fand das sehr, ja, mir fehlen halt irgendwie die Worte. Ich fand das, das hat mir das Buch nochmal näher gebracht, weil ich glaube, dass das unter Soldaten auch wirklich so ablief, dass Männer sich untereinander auch so unterhalten. Und es gibt in diesem Buch schon eine Intrige, die zum Schluss auch aufgedeckt wird. Aber man erahnt, dass das nur ein kleiner Teil einer Intrige aus einer riesigen Intrige ist. Und man spinnt sich im Laufe des Buches schon so seine Gedanken, wer da mitmischt in diesem Bund. Und das macht mich sehr, sehr neugierig auf die weiteren Teile. Wir wissen ja, dass Vespasian Kaiser wird in Rom. Aber den Weg dorthin, was er da noch so alles durchmacht, das finde ich schon sehr spannend. Und da freue ich mich auch drauf, weiterzulesen. Genau, das war dieses Buch. Und dann zum Schluss habe ich gelesen von Anna Ruhe, die Duftapotheke. Ein Geheimnis liegt in der Luft. Der erste Band einer Reihe. Hier geht es um Luzi und Benno, ein Geschwisterpaar, was mit ihren Eltern in ein Herrenhaus zieht, in die Villa Evi. Aber keine schmuckhafte Villa, sondern eine renovierungsbedürftige, rüstige Villa. Und ihre Eltern oder ihre Mutter ist so eine Restauratorin. Ihre Mutter restauriert alte Gebäude. Und in dieser Villa riecht es komisch. Und wie der Name schon erahnen lässt, entdecken wir in der Villa ganz viele tolle Geheimnisse, ganz viele tolle Fächergeheimtüren und stoßen auf eine Duftapotheke unterhalb der Villa. Das ist aber nicht alles. Dahinter steckt so eine große Story. Wir kriegen es da mit Sachen zu tun, da hätte ich niemals mit gerechnet. Andere Sachen, da habe ich mit gerechnet, aber in anderer Form. Es ist eine ganz, ganz bezaubernde Geschichte in einer wohlfühlhaften Atmosphäre. Die Villa, die versprüht so einen Wohlfühlcharakter und auch die Charaktere. Wir lernen mit Luzi und Benno auch noch Mats kennen. Mats ist so alt wie Luzi, sie gehen in eine Klasse und zu dritt machen sie da so ein bisschen die Villa unsicher und stoßen halt auf ganz viele Geheimnisse. Und ja, Benno, der kleine Bruder, stiftet da ein bisschen Chaos und lässt auch so einen Duftflakon mitgehen und richtet damit ein ganz schönes Chaos an. Und dann werden plötzlich alle Erwachsenen ganz seltsam, ja schon fast gruselig für die Kinder. Und ja, zum Schluss hin klärt sich auf, was es damit auf sich hat. Und es hat einfach Spaß gemacht. Es war ein ganz, ganz tolles Buch. Die Altersempfehlung liegt zwischen 10 und 12. Aber auch im Erwachsenenalter hat man seine Freude damit. Und ich freue mich riesig auf den zweiten Teil. Der dritte erscheint jetzt im Herbst, habe ich gesehen. Und ja, sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf. Und schaut es euch mal an. Es ist schon, das Cover alleine ist schon so schön. Ich sehe dir, dass das glitzert alles so. Diese ganzen Rauchschwaden. Und ja, es ist ein richtig schönes Buch. Es ist schön gestaltet und es ist eine ganz tolle Geschichte. Genau. Und das war mein Lesemonat Februar. Drei Bücher habe ich gelesen. Was ja das 300-fache vom Januar war. Wo ich ja einfach gar nichts gelesen habe. Ja, aber so an sich bin ich sehr, sehr froh mit diesen drei Büchern gewesen. Die waren, ja, jedes für sich war echt eine Bereicherung für mich. Und es hat Spaß gemacht zu lesen. Und jetzt im Februar, ach, im März ist es auch schon gut gestartet. Ich habe jetzt auch schon mein erstes Buch beendet. Also, ich glaube, mein Lesejahr 2019 kann noch gerettet werden. Und diese Leseunlust und, ja, einfach mangelnde Lesezeit aus dem Januar zieht sich erstmal nicht mehr weiter durch. Und jetzt würde ich sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.